Willkommen zu einem neuen Community Crunch, dem 423. schon. Heute geht es um das Aberration Key Art, also um das Titelbild, um Altema, eine Premiumkarte und generell wahrscheinlich Mods. Wir gucken uns auf jeden Fall gleich erstmal das Titelbild an, aber der Text. Wir freuen uns, wichtige Zeichnungen für Arc Aberration Sender zu enthüllen, das am 4. September erscheint. Also Datum ist anscheinend immer noch fix. Aberration ist ein gespenstig schönes, verlassener Arc mit einem komplex unterirdischen Biom-System. Diese bevorstehende Öffentlichung bringt uns dem Remastering aller Inhalte einen Schritt näher und bereitet die Bühne für das nächste Kapitel von Bobs Teilteils Steampunk Ascended vor. Also im Endeffekt wieder das nächste Teil des Season Pass. Aber wenn ihr den Season Pass bereits gekauft habt, dann ist das ja automatisch mit dabei. Wenn nicht, müsst ihr den Pass noch kaufen. Das DLC Aberration Ascended ist kostenlos in Arc Ascended enthalten. Und ermöglicht es dir an der Seite unserer neuesten, von der Community gewählten Kreatur, dem Yee-Link, um ihn zu ausspricht, zu erkunden. Seem und zu erobern. Ich sag kurz auf dem Bild gleich nochmal an. Verpassen Sie außerdem nicht den zweiten Teil von Bobs Pass, dem Steampunk Ascended, der für alle Besitzer von Bob Pass enthalten ist. In diesem Kapitel wird Cosmo vorgestellt, die netz schwingende Schulterhaustier und ein Steampunk-Abenteuer, das die Zahnräder hochschaltet. Gucken wir uns auch mal gleich ganz kurz an. Wir können uns kaum erwarten, dass du in diesem berauschend dunklen Kapitel der Saga von Arc Ascended eintauchst. Also gucken wir uns erstmal das Bild an, dann gehen wir nochmal auf die beiden Sachen ein. Also, das ist auf jeden Fall das Bild. Wir können auch hier ein bisschen näher, glaube ich, kann man noch weiter ranzoomen? Gucken wir mal. Ich glaube, man kann sogar weiter ranzoomen. Ja, also das ist auf jeden Fall die neue Kreatur, der Yi Ling, der ja für alle kostenlos auf Aberration verfügbar sein wird. Wir sehen sonst hier einen für den Rockdrake. Das ist ja das Signature-Teal, also eins der beiden Signature-Teal, den ihr auch auf Aberration sehen könnt. Der wird ja auch komplett kostenlos sein. Im Hintergrund sehen wir die Flügel, die kommen rein. Die gab es, glaube ich, bis jetzt nicht oder die kamen auch mit Aberration, glaube ich, dazu. Hier im Hintergrund sehen wir auf Wien, ich weiß gar nicht, sind das neue Bauwerke, wo die Thülers dranhängen? Ich finde, das ist so ein bisschen schwer zu erkennen, ob das neue Strukturen sind. Ich finde, das sieht fast aus als, das sind die normalen Gebiete, Skirts, Aberration, oder? Was sagt ihr, sind das neue Strukturen? Ich glaube nicht. Ja, sonst sehen wir klar die Thülers, die ja in den Seilen hängen können. Ich meine, jetzt kommen diese Kletterseile und den ganzen Kram, das kennen wir ja. Dann haben wir natürlich hier die Reaper. Ja, ich würde sagen, das zweite große Signature-Tier von Aberration kommt natürlich auch mit dazu. Wir bekommen hier noch weitere, wie den Bulldog. Es kommen ja noch die Schultertiere, also generell da gehört der Bulldog auch dazu. Also Aberration hat schon einige coole Kreaturen hervorgebracht. Aber auf diesem Bild sehen wir, glaube ich, nichts aus dem Steampunk-Bild, sondern wirklich rein nur Sachen, die mit Aberration zu tun haben. Aber ich finde es ziemlich nice. Diese Aberration ist schon eine ganz coole Karte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so zu Aberration steht. Okay, so, dann machen wir das Bild mal hier weg. Ich glaube, wenn wir hier, nee, kann man nicht draufdrücken. Das hier ist ja der Bob-Pass, den ihr euch noch holen könnt. Und wir haben ja hier auf diesem Titelbild, ja, ich kann das hier, glaube ich, im neuen Tab öffnen. Genau, da sehen wir ja hier schon auf der linken Seite, dass man jetzt so weit ein Luftschiff bekommen wird, diese Steampunk-Optik bekommt. Also Aberration wird halt diesen Part einnehmen. Das heißt also hier im Endeffekt so ein kleines Luftschiff und diese ganze Steampunk-Optik, das wird halt dazukommen. Wahrscheinlich bekommen wir in den nächsten Wochen dann nochmal genauere Bilder dazu. Ja, sonst haben wir noch die Spinne, ja, Cosmo. Da wurde ja schon vor zwei Wochen drüber gesprochen. Da habe ich ein Video schon zugemacht gehabt. Die Spinne kommt ja auch, aber auch nur in dem Pass von Bob mit dabei. So, was haben wir noch Neues? Wir haben natürlich noch ein paar weitere Premium-Mods, Leute. Weil, warum denn auch nicht, ja, Premium-Mods sind noch cool. Also, laden Sie die neueste benutzerdefinierte Inhalte runter und spielen Sie sie, die von Spielherrschild wurden. Einschließlich neue Karten, Kreaturen, Gegenstände und Spielmodi über einen speziellen neuen Mod-Browser, der direkt im Spiel genießt einen endlosen Strom neuer Arkenhalte, während die Kreativität und das Talent der König zum ersten Mal auf allen Gaming-Plattformen voll entfesselt werden. Und bleibt dran, wenn wir jede Woche weitere plattformübergreifende Mods vorstellen. Dieses Video enthält Altermia. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal Altermia an. Bevor wir uns den Text weiterholen, ist auf jeden Fall eine, wie gesagt, eine Premium- oder Altermia-Magic-Round. Stand da oben. Okay. Sieht auf den ersten Blick irgendwie ja ganz cool aus. Oh, das wollte ich gar nicht. Okay. Es erinnert mich gerade irgendwie an den 1-Arc-2-Trailer. Keine Ahnung. Oder? Ey, Safe hat es doch. Es hat mich gerade voller den 1-Arc-2-Trailer erinnert, wo Diesel am Ende auf dieser Clip besteht und der Petri so lang fliegt und so. Okay, aber sieht ja nicht ganz cool aus. Ah, okay. Also irgendwie glitzernde Kreaturen. Drachen haben wir auch mit dabei. Ja. Ja. Sieht doch immer nicht schlecht aus. Also. Eine Art Teiköhle oder so. Oh, Jump'n'Run. Was finde ich, also ich habe es früher gehasst, mittlerweile feiere ich es irgendwie, wenn sowas mit drin ist, weil es noch was anderes ist und ich verkacke meistens. Okay, es sieht nach einem größeren Dungeon aus. Wir haben Bosskämpfe. Ich finde wieder der Affe. Ich meine, ganz ehrlich, die Bilder sehen schon geil aus. Gefällt mir optisch wirklich sehr, sehr gut. Ich mag so dieses bisschen Fantasy-like-mäßige dabei. Ja, wie gesagt, der Premium-Mod muss jeder selber wissen, wie er dazu steht. Textmäßig haben wir 65 Millionen Jahre vor. Genesis-Katastrophe blüht eine Welt auf, in dem es von riesenmächtigen Wesen nur so wimmelt. Altemir ist ein reich, uralter Brachtheimat eines reichen Teppichs des Lebens. Raubtiere von ungezähmter Wildheit, majestätische Flieger, die den Himmel schmücken und Wasserkreaturen, die in den Tiefen beherrschen. Diese lange verlorene Paradies war ein Land der Magie und des Wunders. Übervoll von Prüfungen und außergewöhnlichen Momenten, die selbst den stärksten Willen auf die Probe stellten. Wirst du es wagen, hierdurch herauszufordern, ein Gott, der in friedlicher Stille schlummert und auf seine Wachen wartet oder vielleicht führt dein Weg zu den verborgenen Höhlen von Altemir, wo in den Schatten unermessliche Gefahr lauern. Wagen sie sich durch die weiten, bezaubernder Landschaften, von denen eine exotische ist als die andere, bist du dazu bestimmt, ein wahrer Überlebender in dieser alten Welt zu sein. Wie gesagt, auf jeden Fall geil. Ich feiere generell, ich sage, es gibt so schöne Kartenkonzepte, ohne Mist, was würde ich sagen. Ja, Conquest Server Season 2, ja, unsere Partner bei Cell Games freuen sich Season 2 und offizielle Eroberung bald ankündigen zu können. Ja, neue Season-Details, zwölf Server werden am Freitag, den 6. September um 10 Uhr PT starten. Stammes Limit ist auf 25 festgelegt, begrenzte Tech aktiviert, Tech-Strukturen und Tech-Gewehr, kein Höhlenbau oder Radlöscher, also diese Red Holes. 0,5er Steckintervall, 5er P-Ernte, wir haben weitere Server werden in Kürze bekannt gegeben, zu den Karten gehören das Center, The Island und Scotch, You Are for Navoration, also für Leute, die halt hier auf den PvP-Spieler spielen wollen. Dann haben die Apocalypse-Server, haben auch den nächsten Vibe am 13. September, auch da schon bald der nächste dran und man wird halt hier die folgenden Mods auf dem Server drauf haben. Ja, ansonsten noch die offiziellen Bonusraten, die es diese Woche gibt, die seht ihr hier. Ja, Leute, also fassen wir zusammen, Abolation kommt demnächst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde irgendwie mittlerweile, oh, es gibt so viele Mod-Karten, die ich, ich finde, ohne Mist, ich finde, und jetzt bitte, bercht mich bitte nicht in den Kommentaren dafür, aber ich fand den Altemia-Trailer von der Karte irgendwie viel interessanter als Abolation. Aber das liegt aber auch daran, Leute, ich habe Arc von Tag 1 vom Early Access, vom alten Arc schon gespielt, ja. Ich habe schon zig Stunden auf Abolation verbracht. Für mich ist der Reaper oder der Rock-Track nichts mehr cooles. Wißt du, so, das erste Mal einen Reaper holen war ultra geil. Ja, Shady Junior hieß er aber so, wie mein alter Kanal noch, Shadys Abenteuer hieß, hieß mein erster Reaper Shady Junior. Jetzt einen Reaper zu holen, ist halt einfach nicht mehr dasselbe für mich. Wisst ihr, ich meine, deswegen ist es bei mir manchmal so, dass ich mir denke, ich freue mich nicht so drauf. Wahrscheinlich andere von euch könnte mal in die Kommentare schreiben, zocken vielleicht zum allerersten Mal in ihrem Leben Arc, also Ascended war ihr erstes Arc. Und für dieses Abolation dann was ganz Neues. Klar ist dann die Vorfreude viel, viel größer als für mich zum Beispiel. Aber sowas wie Altemia zum Beispiel, oder wenn ich es richtig aussprochen habe, das ist ja was Neues. Das finde ich irgendwie fast interessanter. Die einzige Hemmschwelle, die mich bei so Premium-Mod-Karten ein bisschen habe, ist halt das Premium. Weil alle Kumpels müssen die Mod-Karte auch kaufen, dann wollen sie, irgendwer will sie nicht kaufen, dann zocken wir doch nicht drauf. Wißt du, was ich meine, weil wenn, will ich ja auch mit Kumpels zusammen drauf zocken und nicht alle haben immer Bock, eine Karte zu kaufen, nur weil ich sie geil finde. Das ist der einzige Nachteil, wenn ich so bei den Premium-Karten ein bisschen habe. Aber das ist auch ein Problem, das habe ich, weil ich habe ihr das nicht. Ja, also daher Leute, schreibt mal eure Meinung zu dem Crunch in die Kommentare. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.